So, los! Also, die haben die Tür hier aufgemacht und möchten nicht hier wieder durchschauen. Jetzt ist ja dieses komische Maul aufgegangen. Das Feuer war da hinten hier. Ja, hier war es nicht. Ich werde das bei uns mit dem Motorrad. Also, die Motorrad. Das ist ja hier. Das ist ja hier. Der Motorrad ist ja hier. Das ist ja hier. Nehmen wir da mit. Der geht hier nicht durch. Ne, das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Wisst euch. Ja, hier hauen sie mich ab. Können wir hier nochmal speichern. Sicher ist sicher. Hier ist das. Ja, hier. WCW. Das ist halt bei Luxor. Genau. Genau, hier schießen wir jetzt beide. Das war ja immer gesperrt. Nein, nein. Das ist das. Geht so. Wenn wir jetzt nicht. Das ist wieder einstirpflues. Das ist ja. Okay. Das ist ja nicht. Und jetzt ist das nicht. Das ist ja nicht. Wir kommen in oder nicht. Das ist ja nicht. Ich bin ja nicht. Okay. Okay. Aber wir wollen morgen! Ich muss mal Stichwarte weg Das war nix Was ist denn hier? Mensch Ich muss das mal wieder mitnehmen Boah 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 Komm her! Scheiße! Komm her! Sch enseigne ich das. Schuss von mir! Schuss von mir! Schuss von mir! Okay, ich würde mal kurz den Film geben und in die Menüste zu arbeiten. Ja, ich würde mit dem Film und nach dem Film machen. Schuss von mir! Also, ich würde zuerst den Film ein bisschen mehr rauszaukeln. Ich würde ja jetzt den Film machen. Das natürlich auch nicht leugier. Den Film, ich würde gerne sagen, dass ich dich befreue. Wo ist denn der Filzschutz hier? Ja, das ist ein bisschen weniger. Geht nö, die er rötzt! Was machen wir hier neben? Gibt es hier irgendwo Zaubertrank scheiße? Der ja auch nicht. Wisst ihr? Mir musste Glück haben. Geil wäre ja eigentlich mal irgendwie hier mal ein Speicherding zu bringen. Ja, wir gehen noch mal rein. Wir haben uns viel mit anderen Dingen beschäftigt. Na endlich! Zwei mutige Abenteurer, die keine Herausforderung scheuen. Die Sache ist ganz einfach. Ihr müsst die Römer eliminieren, bevor die Areda von der Lava überströmt wird. Ihr verehrte Zuschauer, bitte die Nasen zuhalten. Es wird gleich nach... Nee, Alter. Geschmortem Gallier riechen. Wie ist denn der hier im Gefängnis, oder? Wie ist denn der hier im Gefängnis? Ich muss doch mit U-Belix fragen. Wie ist das besser? Oh, das ist auch wieder so ein Müll, da kann man uns nicht mitverschöpfen. Ich habe ein Apti-Vixel. Ich bin nicht immer ein Zaubertrank. Auch ein Mini. Der haut ab, das schaffen wir nie. Nein, so schaffen wir das nicht. Wir müssen hier irgendwo erstmal ein Speicherdings kaputt finden. Wir gucken uns erstmal hier um. Sonst nehmen wir den alten, das ist ja dann auch egal. Dann wäre es schon mal gut. Wir wissen, dass hier einer ist. Hier. Gut. Das können wir ja erstmal nehmen. Gut, dann können wir es nicht nochmal versuchen. Vielleicht muss ich es mit dem scheiß Ring noch mal machen. Die Zürfe! Die Zürfe! Die Zürfe! Wir müssen wegfassen. Wir müssen wegfassen. Bleiben! Ich kann wirklich nicht so ausschüssig, aber ich konnte anfangen. Was? Alle gärchen? Bin sei tot. Bin sei tot. Scheiße, so schlecht wär's gar nicht gewesen. So schlecht war mir gar nicht. Ich sperr dich auseinander durch eklig dann. Na endlich, zwei mutige Abenteurer, die sind... Ich sperr, nur springen kann erstmal nie so viel passieren. Ja, das war's für mich. Ich bin hier oben. da brauchst du schon mal 18 dauert aber zu lange achte bloß noch ich denke mal versuchen muss noch endlich zwei mutige neusthema Sauberbank Das war's für heute. Das war's für heute. Echt nicht. Jetzt zöber es hier. Aber wir haben kein Feuer. Oh. Ja. Für mich muss ich noch was von Blasen überlegen. Nein, so wird es nicht. Gut. Hier machen wir erstmal einen Cut. Hier muss ich mir was anderes einfallen lassen. Hier haben wir gespeichert. Und dann geht es das nächste Mal hier weiter.